Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge Skywars. Heute habe ich eine ganz besondere Sache vor. Ihr seht es vielleicht schon, ich spiele mit dem Creeper-Kit. Und mit dem Creeper-Kit kann man folgendes machen. Sekunde, komm her Creeper. Richtig, damit kann man das hier machen, bloß man soll das vielleicht nicht so machen, dass man mit dem halben Herz stehen bleibt. Tschüss. Mit dem halben Herz. Oh, das war MLG, Leute. So, auf jeden Fall kann ich hier solche Sack noch mitmachen. Okay. Staubt da ab. John Cena. Oh. Der hat die PvP. Oh Gott, was hat er denn? Der. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ah, erst mal. Kleine Stärkung. So, weiter geht's. Leute, mir fällt gerade was ein. Unter meinem letzten Video sollten ja einige Leute dank Blutphobie, äh, genug getraut, ähm, Hashtag Merch bei mir spammen. Ich würde es klasse finden, wenn wir es schaffen, dass ihr in seinen Kommentaren Hashtag, äh, äh, MLG spammt, ja. Spammt mein Blutphobie-Kommentar, äh, Hashtag MLG. Los, Creeper, boost mich. Creeper. Das ist ein schlechter Creeper. Das bootierst du, ja. Nice. Okay, aber der Creeper-Boost war da. Lupina-Regen, uh. Leute, ich hab letztens wirklich mal Lupina gezogen und ich muss wirklich zugeben, es hat schlimmer geschmeckt, als ich mir jemals in meinem Leben hätte vorstellen können. Wie konnte das schon wieder passieren? Okay, das war sehr gut von dir auf jeden Fall. Ach, Creeper. Okay, PvP-Hoot. Du und ich, wir halten zusammen, äh, keine Ahnung was sonst noch. Bla, 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 bla. Oh, MLG einmal. Okay, Leute. Zwei Bluts, PvP-Hoot. Gut, diese Runde haben wir wenigstens Glück beim Stuff. Wenn das jetzt nicht meine Runde wird, dann weiß ich auch nicht mehr, Leute. Dann hat sich altes, harte Training im Dojo bei Meister, äh, wie, wie, wie hat der nochmal geheißen? Targon? Nicht gelohnt. Junge, du kommst da unten raus. Du versteckst dich da nicht. Komm da raus. Ist der da unten überhaupt genug? Oh. Oh. Ah. Ah. Nein. 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 Jetzt erkennt mich sogar auch noch einer hier in der Runde. Ah. Oh. Bilu, 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 Bilu. Wieso muss das immer so enden, das Ganze? Danke. So. So die Diasdorf. Aber warum muss das immer so enden? Dass sich einer hochsteckt und... Ah. Oh, da oben kommt einer. Nice. Hi. Oh, da oben kommt der Hi. Nein. Nicer Move auf jeden Fall. Ach, Leute. Ich muss euch mal wieder eine kleine Geschichte erzählen. Letztens hatte ich auch mal wieder ein Diamantschwert gesponsert bei den Illuminaten wie jedes Mal. Oh, da hinten kommt einer. Und was passiert mir dann? Was passiert mir dann? Ich droppe es einfach mitten im Kampf weg und dann sterbe ich. Warum passiert mir das? Weil es ein Illuminatikschwert ist. Das bringt nur Unglück. Also, ähm, die Moral von der Geschichte ist, traut den Illuminaten nicht. Aber jetzt gehe ich einfach mal in diese Richtung, versuche den letzten Typen hier zu töten und ja... Später kämpfen wir weiter gegen die Illuminaten. Oder ist der? Huh. Typen Illuminat und MLG. Nice. Tschüss. Schade. Komm, Junge. Hallo. Stirb doch einfach. Und nice, Leute. Gut. Ähm, GG. Damit würde ich sagen, ähm, haben wir es irgendwie geschafft. Die Creeper war nicht auf meiner Seite, aber dafür hatte ich eine, ja, ganz nice Angel. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Und, ähm, ja, zum Illuminaten müssen wir auch nochmal aufhalten. Hahaha.